Willkommen zu meinem zweiten Let's Play. Wie ihr gemerkt habt, ich bin gerade gestorben. Tut mir leid, Leute. Ich mache nur zwei Let's Plays für heute und dann mache ich vielleicht morgen wieder welche. Wie ihr gemerkt habt, ich mache Mod Reviews und so weiter und so fort. Alter, ich möchte den Schweinehund haben, der mir Kumpel umgebracht hat. Ich habe auch abgedrückt. Okay, gut, ja, ich gehe zurück in den Krieg. Get back into the wall, soldier. Das ist der Christian. Stirb, Christian, stirb. Der Schweinehund, der Schweinehund ist richtig laut. Verdammt. Oh. 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 Ich krieg den nicht so leicht. Zu spät geschossen. Headshot. Kills. Hm, acht Kills schon. Und das war der neunte Kill. Headshot. Haha. Kurz davor, bevor er mich gesehen hat. Von der zehnte Kill. Verdammt. Ich mache das Spiel ein bisschen leiser. Das ist mir zu laut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist irgendwie so laut. So laut. Gut. Meine Arsch-Aussprache. So, jetzt wieder zurück in Is to Spades. Ähm. Ich glaube, ich gebe den Link zu dieser Seite vielleicht in die Beschreibung. Obwohl es ist ja nicht so schwer, Is to Spades einzugeben. Ah. Ja, so sehe ich aus. Tod. Okay, man. Alter, von wo kommt das? Von wo kommt der? Aha. Leute. Ich glaube, ich weiß schon, wo es ist. Daneben, Mistake. Scheiße. Ich habe mich verdrückt, bevor ich mich ducken konnte. Jetzt komm schon, ich muss schnell in den Krieg. Schneller. Bitte, 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 bitte. Was? Also, wenn ich das neue Spiel im Steam ausprobiert habe. Das neue Is to Spades, hammermäßig, geil. Aber das alte zum Spiel ist nicht gerade schlecht. Macht wenigstens auch Spaß. Nur lustig wäre es wenn du noch ein paar Freunde mal mal von meinem YouTube-Channel, die mich kennen bzw. abonniert haben. Auch mit Is to Spades spielen könnten. Wäre total lustig und ich hätte sicher viel Spaß mit euch. Schöne für Camping Sposition. Zu schön. Nein, so hoch war das gar nicht, komm schon. Move, move, move. Ich kenne einen kleinen Trick, wo man mich im Wasser nicht hört. Kriechen. Also, ich bin auch in Skype erreichbar. Dann könnten wir auch miteinander reden, währenddessen können wir spielen. Oh, weiß ich. Ich nehme schon wieder bis zu 5 Minuten auf. Na gut, Leute. Das war's da von Nester Spades, von zweitem Let's Play. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.